So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid und vor allem zum Endkampf gegen Galdorf. Wir faseln nicht lange, wir versuchen unseres Bestes zu geben. Au, au, au. Wie gesagt, kann ich mich nicht dran erinnern. Bam. Hm. Ausgezeichnet. Wieder Sinn. Aber nicht schlecht. Kommst hoch. So. Spready will ich jetzt eigentlich nicht. Bam, bam. Bam. Bam, bam, bam. Bam. Nein. Ah, doch. Huh. Dachte schon. So. Da noch? Ähm. Da will ich jetzt nicht. Also will ich erstmal da runter. Da. Suck. Tief. Woher? Oh, nein. Tief. Nein. Ma Na, Laser, Laser, Laser. Na, Granaten ist besser dann. So. Ich glaub, da war ich mit allen schon durch, ne? Müsste so sein. Oh, das wär auch ein cooles Spiel. Klang grad, äh, klang grad, klingt grad ein bisschen nach Unreal. Und das wär auch mal ein cooles Spiel zum Spielen. Klassiker. Ich würd's ja auch gern Quake spielen, aber Quake hab ich leider nicht. Hab ich immer nur bei Bekannten gespielt. Bäm. Fuh. Um's mal so zu formulieren. Ah, die Kino. Ach ja, was sonst? Ah, puh. Na egal. Bamm. Und noch zwei. Die Dinger explodieren und die tun übelst Damage machen. Na, ich hab ihn eh schon aufgenommen. Die tun übelst Damage machen, Tum. Meine Fresse. Na, droppt. Oh, der droppt Granaten. Ah, puh. Nein, jetzt ist es okay. So. Da unten muss ich noch einen ausknocken. Da unten muss ich noch einen ausknocken. Ja, schon. Da unten muss ich noch was. Sonst. Gut, äh, beste Voraussetzung für ein Fight mit sonst wem, weil meine Gesundheit gerade so ziemlich im Eimer ist. Noch einen brauche ich, wo ist der? Hm. Ah, gut. Checkpoint. Komm schon, komm schon! Ah, lass mich hier raus! War so klar. Ach ja. Naja, egal. So. 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 Hm. Egal. Erstmal mit ein paar Kirschen. Nur zu Abwechslung. Einfach so. Für den Geschmack. Fruchtbar, fruchtbar. Auch nicht. Also hier offensichtlich nicht. Nein. Jo. Zack. Ah, da. Na ja, so einen richtigen Counter läuft ja gerade nicht wirklich. So. Ähm. Wir sind hier. Es wird Zeit, Galdorf zu bekämpfen. So, wir speichern. If there is only one thing to admire in your race, it is that you are persistent, said the Biomech leader. As Bob entered the space station control room, Galdorf slowly turned around, from where he was staring down at the Blob's homeworld. So, you cannot win, said Galdorf flatly. As though very plainly stating a fact, Bob said nothing and continued to stare with defiance at his adversary. Finally, Galdorf moved slowly forward and came. Also, mir geht es immer zu schnell und deswegen, ich kann es ja schon allein nicht lesen und deswegen kann ich es ja nicht mal mehr übersetzen. So. Wow. Weh, 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 weh. Und das Witzige an dem Fight ist nämlich, wenn es, wenn der Spaß rum ist, ist er nicht rum. Und das Witzige an dem Fight ist, wenn der Spaß macht, ist er nicht rum. Witzige an dem Fight ist, ob das Jahr, diesen Knorr-Eich geht der справ. Okay, offensichtlich ist das hier nichts. So, und das Problem bei diesem Spiel ist jetzt einfach. Man darf es immer komplett neu spielen, das heißt ich darf Mini-Blobs alle nochmal neu bekämpfen und die anderen Blobs. Okay. Okay. Komm schon. Okay, ich muss ihn jetzt quasi auf die Waffe einstellen, die ich selber habe. So, wie gesagt, hier sterbe ich andauernd. Jedenfalls war das diese Folge, die Zeit ist schon wieder rum, ich fange jetzt kein neues Spiel an, da wird's nächstes Mal weiter gehen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und auf Wiedersehen.